Der Meister, der Pokalsieger, der Doppelpack live. Zuerst Mittwoch Borussia Dortmund in der besten Liga der Welt. Der Auftakt zur Champions League gegen Vitev Lodz. Und das Duell der Pokalsieger Donnerstag. Erster FC Kaiserslautern gegen Roter Stern Belgrad. Live aus den heißesten Stadien Deutschlands. Fußball im Doppelpack. Mit Dortmund Mittwoch und Kaiserslautern Donnerstag. 20.15 Uhr. Nur bei RTL. 20.15 Uhr.